Servus, ich bin der Daniel Baldauf, komme aus Hohenwiller und habe zum Tischlereitechniker beim SIG die Hörbrands gemacht. Als mein Gesellerstück habe ich einen Styling-Schreibtisch gemacht. Das Besondere an dem ist, dass er zwei drehbare Korpus auf dem Huber hat. Der kleine Korpus hat als Besonderheit der Magnet integriert für die Notizzettel und der große hat einen Spiegel, wenn man zur Arbeit geht. Sonst als Schreibtisch ist er auch benützbar. Die Schublade, da kann ich meine Stift versorgen, ich kann ein Tablet oder ein kleiner Laptop verräumen. Ja, weil der Steckdose, Computer oder mein Laptop hier stehen habe, kann ich einfach laden, nebenher oder ich habe den USB-Stecker dran und das ist der Knopf zum Lichtschalten. Ja, die Füße von meinem Tisch habe ich aber eingezapft mit drei Zapfen. Durch das brauche ich keine andere Verstärkung, dass er steif bleibt. Ja, also die Platte selber hat ja eigentlich 30 Millimeter und ich habe sie aber auf 10 Millimeter verjüngt, sodass man eigentlich, egal wie weit die Werkstatt, man sieht eigentlich nie, dass er 30 Millimeter dick ist. Das ist etwas Spezielles und die Füße sind auf allen vier Seiten verjüngt. Ja, ich hätte es jedem empfehlen, dass ich einfach gerne mit Holz arbeiten, aus einem rohen Material, etwas schönes Zauber, ein schönes Werkstück gefunden habe.